Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier aus Büsseldorf bzw. jetzt aus dem PSD-Bankduben. Ich hoffe sind alle Ringe leer noch, aber die werden sich gleich mit sichern alle füllen. Da ist die Bühne, wo die Kellys aufgetreten werden, ab 1930. Unter uns sind dann halt die Business Seeds, glaube ich. Vorletztes Jahr hatte ich mal da drüben gesessen im Parkett. Ich darf keine Person mitfilmen. Kann man mal sehen, dass man jetzt hier in der Losebereich befindet. Ich kann leider nicht runter filmen. Guck, ob ich immer gleich irgendwo die Jacke aufhängen kann. So sieht das halt aus. Da ja wahrscheinlich die Blosen auch dauervermietet sind für andere Events, sind die natürlich auch unterschiedlich eingeübt. Ich zeige euch jetzt mal die Loge. So sieht das halt aus. Auf dem Fernseher wird wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich gezeigt werden gleich. Falls man hier sitzt. Falls man dann hier gleich hier drinnen sitzt. Das ist sogar eine Zapfanlage hier. So sieht das halt aus. So sieht das halt aus. Leider fängt das jetzt die Linse nicht richtig ein. Als Logenbesucher hat man natürlich jetzt auch Extras dabei. Bis zum Maximum 10 Personen können dann hier sich aufhalten. So dann mache ich einmal kurz Video Ende. Vielleicht zeige ich euch mal auch einige Videos mal, wenn die Kellys auftreten. Das wird dann in einem separaten Video geschehen. Ich mache jetzt die Stolz.